hallo jetzt willkommen bei Let's Play Battlefield Hardline Naam Tschutschke Mal Zeit So wir fahren hier wie hier ist das Ding Hotwire Und wir biegen direkt ab, wir nehmen die A Ja hier geht es drum, ihr seht die ganze Punkte auf der Map Was habe ich schon mal erklärt, ich werde nochmal Fahrdarmd, ich bin mit einem Schauer ponto Steuern 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 Ach ja, ich muss schnell genug fahren Okay, ich mach von das Fenster Ja Ich kann noch nicht jetzt habe ich einen mitgegeben Weg sehr gut ja die ganzen Punkte die hier auf der Map rumfahren sind Autos und das sind die Capture Punkte die Autos so der Jutschke ist am Steuer ich bin der Bombardier und der Reparierer sieht gut aus 143 Meter den werde ich nehmen oder doch nicht ich bin abgebogen ja fahr weiter dann nehme ich B das ist doch Tank ich weiß egal ich nehme den Tank zicken auf Wiedersehen Dreck dass man gegen irgendwas hat mich Sprengsatz kann schon wieder Q drücken für das erste Item ich bin leider ja du kannst bei mir sparen im Auto wurde ne ist voll ne ist nicht voll ich bin bloß außer damit ich glaube es geht zu spät spät zu spät es ist doch voll es ist voll ist nicht voll der Krach der Kran zusammen sieht ja ziemlich geil aus so ich bin auf dem Weg zu B B ist wieder unten ne Truck ich versuche trotzdem nochmal oh ich nehme dich mit oh jetzt bist du drüber gesprungen ja natürlich ich sag doch ich hol den Truck so ich hab einen Truck bist du A ich hab keine Ahnung ich bin vorher hinter dir haha mach mal den Weg frei wie bist du schneller mit dem Truck als ich oder was kannst du doch fressen nein das glaube ich ja nicht bin ich nicht vorne kommt bei die E pass auf 6 Meter E fällt immer vorbei Puh 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 hahaha ich hab einen Killer getroffen von der ganzen Herde die da hier steht er auf der Straße jetzt nicht mehr ahhhh Sprengsatz dann komm zu mir aber ich hab ihn überfahren vor dem Sprengsatz aber ich hab ihn überfahren vor dem Sprengsatz ich hab auch hahaha shit ja die sitzen unten ich geh in D rein in D rein das D fährt leite C ah C ist gerade übernommen worden scheiße geht nicht mehr ich geh in Hubschrauber 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 und sofort raus abhüpfen Fallschirm abspringen los und und runter hüpp 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 bist du drin? ja natürlich fahrer fahrer ich bin direkt in den ich bin da raushängen Granate auf umschalten hinter uns ist ein Auto ich kann auf das ahhh ne nicht schießen da schieße ich sein Auto kaputt das ist Mist ok ich halte anstelle quer ich fahr weiter mit dem andere Karre damit es eins gerettet ist ne jetzt bin ich tot das freut das typische da stehen drei Mann unter der Brücke aber die waren zu dumm die haben einfach nur das Auto zersägt das bringt natürlich gar nichts fahr mal oben und versuch mal zu an zu fahren hart rechts das könnte funktionieren ich bin gleich drinnen bin drinnen auslehnen schieß doch ich bin nicht getroffen bist du im A? ja fahr bin drin das ist jetzt überhaupt äh wir sind am verlieren wir sind am verlieren wir sind am verlieren wir werden beschossen ich repariere ich nehme jetzt B ne da nimmt schon einer D sehr gut da stehen die Arsch nicht auf der Straße da stehen die Arsch nicht auf der Straße naja das sind die das sind uiuiuiuiui ich repariert die Karten was wir gerade überlebt haben junge junge ha 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 hast du das gesehen was da los war alter da kommt es einem entgegen egal uuuuuh uuuuuh nene 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 das geht ja lange ich bin ja schon lange gefahren jetzt komm schieb 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 yaholl gib Gummi da hat mich rausgeschmissen jetzt geht's weiter vor uns ist alles für Leute vor uns müssen wir drauf shit wir haben uns gesprengt eigentlich habe ich das Bild überfahren in meinem Bild äh ne wir waren kurz vorher die stand noch drauf und haben damit überlebt ist egal die rennen rum wie die teppen die verlieren jetzt sieht sehr gut aus noch nicht alle autos ich renne zu a ich gehe in c rein kopf aus dem fenster granatwerfer ich bin gleich für a paar meter zack jetzt habe ich a irgendwas hat die stehen alle unter der brücke da unten warte mal alles klar okay danke da ist der erste da haben wir nicht gekillt den hast du geformt hier kriegst du zweiter rum ich lebe vorne fährt e vor mir fährt e hat sich gut auf meine handkarte gestellt ein feiner mann ich kann gut drücken das krieg ich eine zusätzliche handkarte ich hänge fest ich hänge fest die karre hängt fest ich hasse es nicht im kurzen hier müsst ihr jetzt respawn zwar genau hier sehr gut du kannst die karre austauschen jetzt filmen aber ja klar die haben nur scheiße die sprengerei sieht ja ganz toll aus taucht aber nix verdammt das ist gar nicht der auto aber ist egal ich bin für alle fände in unserem 6 sekunden bist du im auto d ich bin im polizeiwagen sehe ich gerade ne ich bin im neutralen polizeiwagen a fährt gerade los um da hat freunde noch einer kommt der der wollte es darauf da kommen wir den helmen entgegen ich bin bei einem auto naja ich hab's gesehen ich bin gerade entgegengekommen in dem moment flieg ab ich habe immer noch einen neutralen wagen gummi 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 dann müssen sie mich mal irgendwo abgeben hier sehr gut ich hab eins der helikopter fliegt hier rum meine karre ist schon am qualm und den leck ich mich am ruch entschuldigt B den Tank den Tank brauchen 18% hohoho wir gewinnen wir gewinnen wir gewinnen wir gewinnen ich bin gleich bei A ganz unten in der Ecke wurde A spawned da sind sie das ist schlecht weil da fahre ich gerade hin ja ach hier ist ein riesenherde guckt das an ein riesenherde von leuten triffst du nicht wir sind scheiß helikopter bei A um der Ecke rum sind die alle ich komme mit 50 meter ich kann wieder gut drücken was gibt es diesmal 70 granaten bist drin jetzt go 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 3 komm raus 3 so wo der aha kommt das Auto hinter uns das ist gut ne da dreht ab reparieren 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 und schalten reparieren boah da sehe ich fast nix ne das ist so extrem ja ich weiß ich muss noch gefühl fahren nach gehören hinter uns Hubschrauber raus ah Hubschrauber volle kanne Hubschrauber Hubschrauber ist so scheiße oh wir gewinnen hier hinten bei A bei A steht ein Auto da kannst du drin spawnen ne jetzt nicht mehr da ausgestiegen der Gehirnakrobat jetzt kannst du in A spawnen Hubschrauber ich bin nicht ich hab den Tankwagen Klaus das egal Hauptspunkte hm ich müsste mich einspielen Platz da hier kommt der Track mal die Klappe ich bin doch jetzt ich bin schon im ersten Auto da ist D geholt haha Idiot da wollte mich sprengen hat mit seiner Sprengladung nicht getroffen und ich hab ihn überfahren haha ne dämstige Hubschrauber hat keine Luft aufgelöst wir drücken mir jetzt gefahren der ist gegen ne hab ihn abgedrängt hahaha ja wo sind wir wo sind wir wo sind wir wo war gefühlt es ging so gut war es nicht oder hüey ja ja vierer fünfter mittelfeld oberes mittelfeld bitteschön und die anderen zuerst und unsern topps sind immerhin 11er und 12er na ja die sind bestimmt nachgesprochen und sind nicht so neuerunde neues Glück so zerkehr ich unten unten links limousine wenn ihr noch mitten auf der straße steht dann ist das auch ein schlechtes zeichen ja wir haben die springer hat dann meistens ein c4 gelegt natürlich so jetzt jeder die punkte mal wo die gesprochen sind da müssen wir hindüsen da sind die autos wenn du mich fahren lassen heißt es wer drängelt denn hier so verdammt normal ich drängel alle ab mir scheißegal war gegen den bus hey hey erster nee doch nicht erster verdammt ich bin erster aber du hast mich die ganze zeit abdrängeln soll ich denn wissen dass du das bist macht ja nix so b ist unten drunter jetzt aussteigen können der kran geht schon runter jetzt schon haben wir einen Hubschrauber haben die rumgebrochen wie die geisteskrankten C ist auch rund ich war gerade aus und fliegen halt lieber Hubschrauber was soll ich das mal machen Aua was war der Hubschrauber fliegen halt lieber Hubschrauber lol was ist denn das für ein oh fängt er zu lecken siehst du wie sie die zeichen wie die nun her gehen mhm er hat sich nochmal gefangen ich geh raus kann reparieren hier steht sinnlos rum kein mensch interessiert sich dafür fahr ich einfach mal hin und hol mir was reparieren so ich hab eh sehr gut Hubschrauber hinter uns ich reparier gegen ich reparier und reparier und reparier war nix mit er ist irgendwo reingefahren leider ja kann sich nicht wirklich aus C fährt welche bist du ich bin E E ok bei dir ist Platz fahr 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 links rechts ab rechts ab ja fahr 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 natürlich gehe ich in ein neue Auto derzeit kapiert selbst schuld ich verlos reparieren wir mal ein schlecht Jungs danke ich bin ein A hier jetzt muss ich abbiegen wegen dem Typen er hat den Spannageram daik man ich hab irgendwie eine komische Strecke ja ich bin jetzt wieder da so jetzt bin ich wieder da sag so jetzt sieht ganz gut aus freie fahrt für freie bürger freie ist irrsinnisches gerasen für freie bürger kommt mir ein entgegen der ist schon fast match los verheizt den weg deine typen kommt mir dagegen platz da du kannst mich wir fahren wir biegen ab wir fahren hoch schnell aussehen granate andere geht es runter jetzt sagt alles klar wirst du bist du bist jetzt hinter mir mein autos voll haben ich kenne uns nicht jetzt ich war jetzt immer noch mal ja keine scheiße von ist a konnte nicht war ganz schlecht meine ganzen vorhanden gekillt für meine ganzen mitfahren bei mir hängen alle das autofrag gestellt gefahren und habe das vor mir her geschoben habe ich keine speed mehr aufgeholt aufgenommen den speed mehr rad verdammt jetzt haben sie uns verdammt verdammt das war jetzt schlecht weil aus versehen gedrückt rausgestiegen die lege noch dran gefahren an mich barm wie sieht man auszusehen aus aussteigen raus bin schon zu erreichen so granate das ist sehr freundlich da stand erinnern weg versuche in anderen zu kommen wir verlieren gewinnen verlieren gewinnen ich bin ich bin ich bin nicht ich bin nicht ich bin nicht der fahrer wenn alles klar ich bin im auto mann jetzt ist er abgewogen sollte typ man reinjagen die gut aus das war probieren wir sollen nur los ich kann hier granaten holen und ab dem kommt kipas nein sackgasse mann meister ok zürcher granate zack nach lächerlich wo rum nein der ist nicht der meister der fahrenden kunst den ich hier am steuer habe mit wird machte denn mann weg bis dort wird als selber ich bin es da aber er hat mich abgeliefert er hat den Brav Taxi Mängel spielte kommen sich vorfahren und verfolgen vor allem können aber das geländer zuvor müssen schon mal passieren und macht uns aus er hat er hat er wird vor allem der Weg gegeben und wo 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 mit warm von Dach VAT hat er auch wieder Motorrad und bei sie kommen Hubschrauber und bleibt die Schroren Autor bei ihnen Prozent Auto angeklickt wirst du vor Ort und er biegt natürlich neblich nicht die ist von mir 70 Meter entfernt 80 60 ich hab mich immer falsch entschieden soll man einfach hinterher fahren D, B steht hier um die Ecke ich bin drinnen in E sehr geil sehr geil gefahren aber nicht so gut diesmal bei mir naja sagen wir war nicht die beste Runde hab ne 5800 Punkte aber äh trotzdem sehr schön sehr spaßige Angelegenheit hat gut geklappt ja siehste brauch ich auch nicht mehr sagen ja Leute das war Hotwire 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 ich bin immer am Kabel ja der heiße Reifen macht echt Spaß in diesem Sinne bis zum nächsten Mal abonniere tschüss abonniere tschüss